sich mit ihm zu beschäftigen jetzt geht er wieder ab was macht jason williams was für ein pass auf ruffler franz jetzt spielt er sich in die herzen der fans hier jason williams ja er ist jetzt hier der liebling aller williams von den sacramento kings ja was die spektakuläre spielweise betrifft ist er und eingeschränkt die nummer 1 hier da schön auf den ellbogen geklingt das ding hier nochmal hinterm rücken an den ellbogen klasse jason williams